Filter im EMR-Organizer Nach dem Start des EMR-Managers öffnet sich der Organizer automatisch. Ist der EMR-Organizer geschlossen, kann er über diese Schaltfläche in der Toolbox oder über das eingeblendete Tastenkürzel geöffnet und wieder geschlossen werden. Im oberen Bereich des EMR-Organizers können Sie eine Datenquelle auswählen. Es gibt hier drei Typen einer Datenquelle, Archiv, Ablage und Dateiordner. In einem Archiv befinden sich alle multimedialen Daten wie Bild, Film, Audio oder Textobjekte, die dort langzeitarchiviert oder im First-and-First-Dat-Modus gespeichert sind. Die gesuchten Objekte können hier sekundenschnell, Datenbank unterstützt angezeigt werden. Ablagen werden für die vorübergehende Speicherung von Objekten verwendet. Die Suche in Ablagen ist sequenziell und hat keine Datenbankunterstützung. Sollten dort große Datenmengen gespeichert sein, kann die Suche bzw. das Öffnen einer solchen Ablage längere Zeit in Anspruch nehmen. Ein Dateiordner kann zum Beispiel eine CD-DVD-Laufwerk sein, auf dem Sie Inhalte auswählen, betrachten und importieren können. Gleiches gilt für Dateiverzeichnisse auf Ihrem Computer oder Server. Um ein bestimmtes Verzeichnis auszuwählen, wählen Sie den Eintragordner auswählen. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Um die in einem Archiv oder einer Ablage vorhandenen Objekte nach bestimmten Kriterien zu filtern, stehen Ihnen fünf Typen von Filtern zur Verfügung. Zeitfilter Modalitätenfilter Benutzer und vordefinierte Filter, sowie Filter für die Anzeige von Voraufnahmen. Um die Ergebnisliste nach dem Erstellungsdatum der Studie zu filtern, öffnen Sie das Dropdown-Menü-Zeitfilter und wählen den gewünschten Zeitraum. In der Dropdown-Liste des Modalitätenfilters werden neben den Filtern für Modalitäten auch benutzerdefinierten Filter angezeigt. Wird als Quelle das Präsentationsarchiv ausgewählt, dann wird im Modalitätenfilter die Liste der gespeicherten Präsentationen angezeigt. Um einen neuen Filter nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu definieren, klicken Sie auf das Plus-Symbol hinter dem Dropdown-Menü für den Modalitätenfilter. Geben Sie die gewünschten Suchkriterien ein und klicken Sie auf OK. Die Ergebnisliste wird danach gefiltert und aktualisiert. Die Schaltfläche Daten importieren bedeutet hier, dass man Patientendemografische oder Auftragsdaten von einem anderen System oder einer Datenbank als Suchvorgabe importieren kann. Nach der erstmaligen Anwendung eines benutzerdefinierten Filters steht der Filter über das Dropdown-Menü des Modalitätenfilter für die erneute Verwendung zur Verfügung. Es werden maximal die letzten 10 benutzerdefinierten Filter gespeichert und zur Auswahl angezeigt. Ist noch ein Filter ausgewählt, kann dieser Sucheintrag über den Stift noch editiert werden. Über die Funktion Pinfilter kann diese Filtereinstellung auch dauerhaft gespeichert werden. Um einen vordefinierten Filter zu verwenden, öffnen Sie das Dropdown-Menü mit den Filtern und wählen den gewünschten Filter. Hier kann, sollte der Name nicht genau bekannt sein, auch ein Platzhalter, der Stern genutzt werden, um nach den gesuchten Daten zu filtern. Zum Beispiel, Stern und den bekannten Teil des Nachnamens oder des Vornamens. Diese Funktion ist nur in den Datenbank-unterstützten Archiven und auch in der Suchmaske möglich. Um die Suche zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchfeld leeren. Der Filter für die Anzeige der Voraufnahmen kann in Verbindung mit dem Modalitätenfilter eingesetzt werden. Er beinhaltet zwei weitere Filterkriterien. Alle Voraufnahmen und Nur gefilterte Voraufnahmen Wurde über den Modalitätenfilter eine Modalität, zum Beispiel Computerradiografie ausgewählt, werden bei Auswahl alle Voraufnahmen sämtliche Studien eines Patienten angezeigt. Studien, welche zur ausgewählten Modalität gehören, werden in Fettschrift angezeigt. Bei Auswahl der Option nur gefilterte Voraufnahmen werden nur die Studien angezeigt, die mittels der ausgewählten Modalität erstellt wurden. Untertitelung des ZDF, 2020